Es geht nicht um Kontrolle. Stehenbleiben. Es ist eine Beziehung. Basierend auf Respekt. Diese Tiere denken, ich will fressen. Ich will jagen. Ich will. Wenigstens eine Sache davon müssten sie doch auch gut finden. Jedes Mal, wenn wir eine neue Attraktion präsentiert haben, stiegen die Besucherzahlen. Das war der Hammer. Die Firma ist der Ansicht, Genmodifikation erhöht den Wow-Faktor. Das sind Saurier, das ist Wow genug. Sie sollte größer sein als der T-Rex. Was ist mit ihrer Schwester passiert? Sie hat sie gefressen. Eins der Produkte ist ausgebrochen. Was ist das? Ihr Ortungsimplantat, sie hat es sich rausgerissen. Wie konnte sie das machen? Sie wusste, wo man es hier eingesetzt hat. Oh Gott. Sie tötet zum Vergnügen. Da sind 20.000 Leute. Wir haben keine Boote mehr und nicht genug Waffen. Wenn wir das tun, dann auf meine Art. Ziel in Sicht. Knoll es ab! Da stimmt was nicht. Die kommunizieren. Wir reden hier von einem Tier. Einem hochintelligenten Tier. Es ist ein Clement na um ein Einem hochintelligenten Tier. Er ist einer Welt.